Da wären wir dann auch schon wieder. Ich habe mir in der Zwischenzeit überlegt, ob wir das jetzt mit dem Untergraben machen wollen oder nicht. Und ich habe mich dafür entschieden. Das heißt, ich habe jetzt ganz kurz off-camera allen Zwergen den Miner-Würfehl weggenommen. Das hatten insgesamt so 8-9 Stück gehabt, recht querbeet verteilt, was eigentlich nie eine gute Idee ist. Also den habe ich jetzt alles weggenommen und jetzt nur unseren Hammerzwergen den Miner-Würfehl gegeben. Wir haben inzwischen 20 Stück. 10 davon sind im aktiven Miliz-Trupp drin. Die anderen 10 sind für den zweiten Trupp gedacht, den wir noch nicht aufgestellt haben. Und den können wir auch erst später aufstellen. Aber die 20 sollen jetzt erstmal richtig schön lange Minern. Einmal, damit wir halt den Untergrund leer bekommen. Und die räume ich hier übrigens auch noch. So. Also einmal, damit wir den Untergrund leer bekommen, damit er wesentlich sicherer wird. Und um ihre Skills hochzubekommen. Damit sie halt wesentlich schneller laufen können und mehr aushalten. Wobei das schneller Laufen fast schon wichtiger ist. Denn wir haben ja gesehen, dass die Armbruchsschützen recht häufig schießen konnten, bevor unsere Zwerge rankommen. Vor allem, wenn sie dicke Panzerung tragen. Und keine Füße mehr haben. Also ja, das dürfte auf jeden Fall schon mal helfen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo genau wir anfangen mit dem Ausbuddeln. Ich hätte ja gerne, wie ich schon in der letzten Folge erwähnt habe, so ein paar Pufferebenen. Das heißt, hier könnten wir anfangen. Das müsste eh die erste Etage von dem Höhlensystem sein. Das heißt, wir schnappen jetzt einfach... Ach, wie machen wir das am besten? Also theoretisch könnten wir ja hier oben nur minern. Die Channel-Befehle kommen ja erst später. Wir könnten auch gleich mit Channeln anfangen. Aber sobald wir den Channel-Befehl machen, müssen wir halt wirklich gucken, wo wir was machen. Denn teilweise kommen die Zwerge sonst nicht mehr an die Stellen rein. Oder sie lösen sogar Einbrüche aus. Also fangen wir mal ganz klein an. Ich markiere jetzt noch mit der Maus, weil es ein wenig praktischer ist, so kleinere Sachen damit zu markieren. Und nehme jetzt einfach so eine Fitzelchen wie hier. Und die machen wir dann nach und nach weg. Gucken, wie das läuft. Und dann können wir uns später an die größeren Sachen ranwagen. Jedes kleine Fitzelchen, das ich jetzt hier wegmache... Ich glaube, da kommen sie schon mal gar nicht an. Nö, kommen sie nicht. Hehe. Ja, das meine ich mit kompliziert. Wir müssen also jetzt das wegminern. Dann müssen wir da Bodenplatten setzen. Müssen das hier weghauen. Das dann wegchanneln. Und dann die Bodenplatten hier wieder abbauen. Das wird tierisch viel Arbeit werden. Aber ja, was muss, das muss. Theoretisch könnten wir auch hier das wegminern. Aber dann fällt die Platte runter und erschlickt wahrscheinlich ein Miner. Das wäre ja nicht so gut. Aber schön. So werde ich mich ein wenig daran üben können. Ordentlich Boden auszuheben und die Channel-Befehle auszuführen. Und ihr könnt dann an meinen Fehlern, wenn sie dann auftreten, lernen. Also ja, okay. Das da können wir auch nochmal mitnehmen. Damit wir so einigermaßen eckige Flächen haben. Den ganzen Bereich hier auch noch. Was den netten Nebeneffekt hat, dass wir jede Menge Gold bekommen. Das wir nicht so wirklich brauchen. Aber wir sind halt Zwerge und da muss man Gold haben. So, das soll erstmal reichen. Unsere neu ernannten Miner werden echt tierisch langsam sein am Anfang. Denn je höher der Skill ist, desto schneller minern sie ja auch und desto mehr Ressourcen bekommt man. Oh, ein Mandat. So, du. Crossbows. Zwei Stück. Ja, ja, ja. Du unter den Crossbows. Was ich gerade sagen wollte, bevor der böse Georgorn wieder was losgeschickt hat. Da kommt ein Gegner. Okay. Also, es dauert länger, wenn man den Skill besonders niedrig hat. Und man bekommt nicht immer einen Steinbeil raus. Oder ein Erz. Das heißt, wenn man wirklich wichtige Sachen abbaut, die man unbedingt braucht. Er ist sogar ein richtig garstiger Gegner. Hm, jetzt ist er weg. Das heißt, wenn man irgendwelche Steine abbauen will, die man dringend braucht, wie zum Beispiel Eisen. Oder Kohle. Je nachdem, welche Ressource halt gerade sehr wichtig ist. Sollte man das eigentlich nur von einem Meister Miner abbauen lassen. Weil sonst hat man das Pech und der Block ist weg und man kriegt keine Ressource auf dem Boden. Was natürlich ziemlich ärgerlich wäre. Aber ja, der Gegner hier eben gerade. Das sah aus wie ein Troglodyt. Das sind so recht einfache, humanoide Gegner. Ja, aber die haben doch einem unserer Arbeiter gut einverpasst. Und was zur Hölle macht der Miner da auf dem Käfig? Rute sich aus. Ha, achso, denn das ist aufgestellt. Ah, okay. Kurios, kurios. Der hat anscheinend Ausrüstung dabei gehabt. Ein Seidenschuh. Mit Troglodytenblut drauf. Gehört Tami. Oh, Tami hat eine verpasst bekommen. Das war gar nicht gut. Und zwar hat sie so stark eine verpasst bekommen, dass ihr Seidenschuh weggeflogen ist. Komisch. Na gut. Aber so weit sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Es bleiben kaum Ressourcen über, aber das ist nicht ganz so wichtig. Wenn wir wirklich das ganze Höhlensystem Nummer 1 hier abbauen, werden wir eh so viel Gold haben, dass wir nichts damit anfangen können. Und ja, Höhlensystem Nummer 1. Es gibt noch ein Höhlensystem Nummer 2 und ein Höhlensystem Nummer 3. Die dann jeweils gefährlicher werden. Da will ich auch nicht unbedingt schon reinbrechen. Das heißt, wir meinen jetzt wirklich nur so viel, wie sein muss. Am besten jetzt erstmal nur ein, zwei Etagen. Das wird eh ewig lange dauern. Bis das alles ordentlich ausgemeinert ist. Mehrere Dutzend Folgen mindestens. Da werde ich halt immer zwischendurch mal einen Befehl geben. Zwischendurch gucken, wie ich das am besten anstelle. Weil das ist teilweise recht kompliziert mit den Brücken dahin bauen und das dann einzeln abmontieren und so weiter. Aber das kriegen wir schon hin. So, die Händler wollen gehen. Dürfen sie denn gehen? Können sie denn gehen? Ja, ist alles frei. Sehr schön. Die brauchst du bitte immer noch. Und haben wir zufällig gerade noch einen Alarm am Laufen? Nö, haben wir nicht. Das heißt, jetzt müsste die Straße endlich weitergebaut werden können. Vorher laden da ja immer Gegenstände im Weg. Und das macht hoffentlich jemand ganz schnell, weil sonst wachsen die Pilze da und sind die Pilze im Weg. Und was sieht auch gut aus? Unser Architekt. Ist am Werkeln. Sehr schön. Asayaljur hat aufgehört zu trinken. Er wurde von einem Troglodyten überrascht. Wo war das? Das war hier unten. Ah, da. Die nehmen hier langsam ein wenig Überhand. Wobei ich hier keine anderen so sehe. Ich gucke mal ganz kurz auf die Einheitenliste. Andere. Troglodyt. Ach doch. Sieben Stück sind es schon. Zoom mal hin. Oh. Die sind aber alle hier unten. Und was zur Hölle? Jetzt baue ich hier. Jetzt baue ich hier den Damm und dann klappt das mit dem Abfließen. Das ist... Na gut. Also die Troglodyten sind alle hier unten. Bewegen die sich zufällig raus? Nö, die bewegen sich rein. Heißt, die können dann von hier hochlaufen an dem Spinnen-Massaker-Denkmal hier vorbei. Und wie kommen sie dann zu unseren Zwergen? Hier unten rum. Da hoch. Da hoch und dann sind Zwergen. Ja, macht doch Sinn. Jetzt Troglodyt ist hier reingekommen. Hm. Okay. Eigentlich müssten die Jungs den auch so umhauen können. Die dürften ja teilweise ihre Waffen noch dabei haben. Oder wenn sie keine Waffe dabei haben, hat ihre Pickaxt. Und das tut auch ganz schön weh, wenn man in einer kräftigen Hand sowas reingehlt wie gut bekommt. Aber vom Verhalten her sind sie jetzt halt keine Kämpfer. Das heißt, sie dürfen ausweichend reagieren. Ich guck mal jetzt, was die Wunden angeht. Er ist schon leicht verletzt. Er hat nur Durst. Und wurde so beim Trinken gestört. Hast du denn wenigstens deine Rüstung noch an? Nein. Oh, das ist gar nicht gut. Nicht, dass unser unaussprechlicher Nummer 3 jetzt ausstirbt und noch mal reingekennend werden muss. Hm. Ich könnte jetzt die Miliz aktivieren. Aber dann müssten sie alle an ihm vorbeilaufen, ihre Rüstung anziehen und hier runterkommen. Ich glaube, ich warte einfach mal ganz kurz. Was sie so machen. Und er ist tot. Ja, so einfach geht das. Sage ich doch, die Jungs haben inzwischen richtig was drauf. Golf wird abtransportiert. Das Blut da hoffentlich auch. Und die Knochen. Ist sonst ein wenig irritierend am Arbeitsplatz. Ist man so fleißig am Goldkloppen und überlegen Knochen und Gedärmen rum. Muss ja nicht sein. So, also an die kommen wir nicht ran. Ich kann mal absichtlich einen Einsturz machen. Einfach nur, um euch das zu zeigen. Nehmen wir mal die beiden Felder hier. Da dürfte nicht großartig was passieren. Das heißt, wir buddeln einfach nur die beiden Felder da aus. Dann müssten die da runterfallen. Und ja, die können einen Zwerg treffen. Aber wenn das nur aus einem Feld Höhe ist, dann geht das teilweise sogar. Also gucken wir. Düm, 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 düm. Düm, düm, düm. Und. Nichts passiert. Was zur Hölle. Ach so. Oh, ah, okay, das kannst du erklären. Die hängen natürlich noch hier oben an der Decke fest. Das heißt, wir könnten theoretisch ruhig hier alles wegfräsen. Die Sachen hängen immer noch oben, äh, stalaktitenmäßig an der Decke. Das wäre also okay. Sieht aber trotzdem doof aus. Und ihr wisst ja, wie fixiert ich auch aussehen bin. Also machen wir das echt so, wie ich es geplant habe. Wir drücken jetzt B, Schiff C. Floor. Und bauen jetzt da. Ah, ruhig aus Granit. Also normalerweise bauen wir immer aus Granitblöcken, weil sie schneller zu transportieren sind. Aber hier liegen überall Granitblöcke rum. Also nicht richtige Blöcke, sondern die Granitsteine, Rohsteine. Und die sind sehr nah dran. Das sieht man hier an der Distance. Eins. Das heißt, es wird jetzt schneller sein, die Rohsteine zu benutzen, als wenn sie jetzt hochlaufen müssten, die Granitblöcke holen und dann wieder herunter. Wir müssen nur darauf achten, dass immer genug Blöcke in der Nähe rumliegen. Also, Rohsteine. Nee. So, da einmal hin. Und dann müssen wir warten. Und dann da einen hin, da einen hin, da einen hin. Dann können sie die hier alle abbauen. Dann müssen wir da nochmal eine Brücke bauen. Danach müssen wir dann die Felder channelen. Und zwar der Reihe nach. Also hier hinten die beiden channelen. Dann den channelen. Dann den channelen. Die Platte wegnehmen. Hier channelen. Da channelen. Da channelen. Da channelen. Da channelen. Die Platten wegnehmen. Und so weiter. Das ist tierisch viel Frieden in der Arbeit. Also ich denke mal später werde ich das entweder auf Kamera machen oder irgendwann in einer Horrorfolge eine Folge lang nur Micromanagement machen. Muss ich mal gucken. Aber jetzt die ersten Male ist es vielleicht ganz interessant zu sehen für diejenigen, die sich da noch nicht so rangewagt haben. Und schon wieder ein Mandat. Zwei, drei Crossbows diesmal. Naja gut. Können wir unsere neuen Trogloditenknochen wenigstens gut einsetzen. Wir hätten gerne Bone, Crossbone, drei Stück. So. Oh, und die Jungs sind fertig. Das geht ja gar nicht. Meiner hat bitte mal den Bereich hier aus. So. Und dann könnte ich hier gleich weitermachen. Und das hier eigentlich auch noch gleich. So, wenn wir so einen richtig schönen geraden Schnitt hier durch haben. Zip, 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 zip. Da hätte ich jetzt auch eigentlich die Tastatur benutzen können. Aber was soll's. Sonst zwischendurch mit der Maus malen ist ja auch ganz schick. So. Jetzt aber. Äh, wo ist der Cursor? Da ist der Cursor. Zack. Gib mir Gold, gib mir Steine. Und die Bodenplatte ist fertig. Also nochmal B, C, Flore. Wir können hier halt keinen hinsetzen, weil da keine Verbindung zu ist. Nochmal Granit. Und wo wir gerade dabei sind, können wir hier unten das Ganze auch schon einmal machen. Nochmal Granit. So. Aber ja, doch. Komm gut voran. Auch wenn das Teil hier riesengroß ist. Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich die Karte nicht so groß gemacht habe am Anfang. Also zum einen hätten wir dann eventuell inzwischen ein Problem mit dem Leck bekommen können. Und zum anderen ist halt auch sehr viel Arbeit, diese große Fläche dann auch in Anführungszeichen zu bestellen. Also so zu Terraform, dass es für die Zwerge passt. So. Da können schon die ersten hin. Das ist sehr gut. Ist das dann Pilz? Ja, es ist ein Pilz. Da wird er nicht draufsteigen können. Also brauchen wir jetzt noch eine Bodenplatte. Da. Aus Granit. So. Sehr schön. Die fräsen sich dadurch. Der Rest ist hier am Laufen. Unsere Granitvorräte füllen sich dadurch auch langsam. Ich hoffe mal, dass die Hauler nicht zu schnell die Granite hier abtransportieren. Sonst haben wir halt kein Bautmaterial mehr für die Bodenplatten. Aber im Notfall können wir hier einen kleinen Mini-Stockpile hier anlegen. Was gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Also jetzt nicht von den Granitblöcken hier, sondern von den richtigen Granitblöcken. Also drücken wir P. Wir hätten gerne... Wo ist es? Bars and Blocks. Und da bis, sagen wir mal, hier so. Mit Q rauf. S. Und wir hätten gerne... Nix. Und von dem Nix hätten wir dann gerne... Schalk... Nein. Granit da oben. Zack. So. Das heißt, unsere 61 Arbeitslosen müssten jetzt oben die Granitblöcke sich schnappen und dann darunter bringen. Und was kommt da jetzt gerade? Oh, ein Teil des Höhensystems ist eingestürzt. Wo? Ich sehe hier... Ich sehe hier... Ah, da. Okay. Seht ihr gerade diese kleine Wolke da? Und... Oh, es hat jemand getroffen. Nee. Wunden. Ein paar Wunden hat er da bekommen und er ist ohnmächtig. Oh, das ist unser Meister in Graeva. Was zur Hölle macht der hier unten? Der hat keinen meiner Befehl bekommen von mir. Garantiert nicht. Aber er steht schon wieder auf. Ja, wackerer Bursche. So ist es echt. Also, das Ding ist jetzt gerade eingestürzt. Warum auch immer. Das Ding, der Boss, bitte neu. Ah, weil die keine Bodenplatten hatten. Das kann sein. Die hier könnten dann auch einstürzen. Ach nee, die können nicht einstürzen, weil hier drunter ja noch Wände sind. Boah, da gibt es so viel zu beachten. So was darf man nicht in einem hektischen Zustand machen. Weil das wäre jetzt noch ein richtig kleiner Einsturz. Das waren zwei Blöcke und nur eine Etage tief. Wenn das denn mal eben 20, 30, 500 Blöcke sind... Okay, so viele sind es bei uns hier nicht. Nicht in eine Etage. Aber wofür sind das? Das ist 11 mal 11. Oh, 121. Das ist doch schon eine ganze Menge. Und wenn das dann mehrere Etagen runterknallt, das macht sowas von bang. Ja, na gut. Ich will weiter gucken, was die hier oben machen. Dass da nichts schief läuft. Du bist... Bist du etwa Ellen? Nee, du bist Zodias. Ist okay. Ich wollte gerade gucken. Wenn hier dieser Ellen wieder auftaucht, also der Meister in Graver. Dann nehme ich ihm den Befehl weg, Sachen zu haulern. Weil er ist halt ein legendärer Entgraver. Der sollte solche Aufgaben gar nicht erst machen. So, da wird das letzte Fitzelchen gebaut. Das heißt, wir brauchen noch eine Platte nach hier. Ja, B, Schiff, C, F. Dahin. Granitblöcke. Jetzt kann man auch sehen, dass die Granitblöcke oben als erstes auftauchen. Weil halt hier schon welche hin transportiert wurden. Sehr gut. Das ganze Golf wird komischerweise nicht abtransportiert. Jedenfalls nicht schnell genug. Ich finde das echt irritierend. Wir haben so viele Leute, die nichts zu tun haben. Und die haben auf jeden Fall alle den Hauler-Befehl. Also Item-Houling, Furniture-Houling, Stone-Houling und wie die alle heißen, müssten die alle anhaben. Aber die besaufen sich wohl lieber oben in der Halle. Gucken wir mal, ob hier recht viele sind. Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Weiter hoch. Oh, hier hängen sie alle ab. Trinken, essen und feiern anscheinend. Auch wenn die Tische nicht besonders viel benutzt werden. Hm. Na gut, wieder runter. Zup, 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 zup. So. Das Ding wird jetzt auch angefangen. Sehr gut. Und wenn die Wand da weg ist, dann kann ich mit dem ersten Channel-Befehl anfangen. Damit ihr das dann auch mal seht. Komm weg. So. D, H für Channel. Und wir machen jetzt nur die beiden Felder. Dadurch wird die Bodenplatte hier entfernt und die Wand hier und hier. Dwarf Hortus ist ja aus Wänden und Bodenplatten aufgebaut. Ähnlich wie Gnomoria. Also Gnomoria ist ähnlich wie Dwarf Hortus, aber da kann man sich das ein bisschen besser bildlich vorstellen. Weil hier sieht man halt nur drauf und da kann man auch von der Seite gucken. So. Jetzt kommt gleich irgendjemand an. Den Channel-Befehl darf eigentlich fast jeder machen. Muss gar nicht mal ein Miner sein. Und nimmt das weg. Dann entstehen unten die Rampen, die wir ja schon kennen. Aber die Rampen verschwinden später, wenn wir hier noch mehr wegchanneln. Heißt, es bleiben immer nur die Rampen stehen, die an der nächsten Bodenplatte auf der oberen Etage sind. Wenn das jetzt Sinn macht. Also nehmen wir mal, sagen wir mal, wir nehmen hier alles, was hier gerade zu sehen ist, weg. Mit einem Channel-Befehl. Den werden nicht überall hier rampen. Eine Etage tiefer. Schon gar nicht, weil da überall Wasser ist. Also hier wären nicht überall Rampen, sondern nur hier oben am Rand wären die Rampen. Weil da halt noch ein Weg nach oben ist. Wird man aber auch gleich sehen. So, da ist jetzt gleich weggechannelt. So, d, h und nur das da. Also in diesem Fall könnten wir eigentlich auch beide machen. Aber lieber vorsichtig als andersrum. Ähnlich machen wir es da unten jetzt auch. d, h und nur die beiden. x. Obwohl, stopp, 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 stopp. Wir können nicht hier wirklich alles machen. Denn wenn unsere Zwerge aus Versehen sich verbuddeln würden. Also wenn sie hier was wegchanneln, könnten sie normalerweise ja nicht mehr auf diesen Block hier hinten kommen. Weil es keine Verbindung gibt. Es gibt aber doch eine Verbindung. Weil wenn wir die beiden hier wegchanneln, entstehen hier ja Rampen. Und dann können sie von unten da hinlaufen und das dann wegchanneln. Und dann entstehen neue Rampen, um wieder darauf zu kommen. Ich bin halt noch ein bisschen indoktriniert von den älteren Versionen. Da war es bei dem Channel ganz anders. Und wesentlich mörderischer. Da sind mir richtig viele Zwerge gestorben. Beim Channel. Weil sie halt unter sich die Bodenplatten weggemacht haben. Und so eine Scherze, das war nicht mehr lustig. Und hier entsteht gerade Miasma wahrscheinlich wegen einem toten Troglyten. Was? Komisch ist. Denn er hätte schon längst abtransportiert werden sollen. Aber gut. Gucken wir mal. Ja. Verrostetes, Troglyten, rechtes, unteres, irgendwas. Aber ja, wie ihr sehen könnt, die haben jetzt kreuz und quer hier weggechannelt. Und trotzdem hat es dank der Rampen einigermaßen geklappt. So, das Diener wird jetzt auch noch gleich weggenommen. Flugbuddelt unter sich welbt weg. Ja, und es ist nur noch eine Rampe da. Obwohl wir eigentlich hier mehrere Felder abgebaut haben. Dann machen wir mal schnell DZ, um die Rampe zu entfernen. So, und damit wären wir jetzt fertig. Hier arbeite ich jetzt erstmal nicht weiter wegen dem Miasma. Aber da hinten könnte ich schon mal ein Feld channeln. So. Hier unten kann ich auch schon mal ein bisschen wegchanneln. Die beiden da auch. Die beiden auch. Die da auch. Also immer schön am Rand lang, dass immer alle Zwerge Zugang dazu haben. Und man nicht irgendwo auf sich so eine Art Inseln erschafft. Ja, und die können allgemein hier auch noch weiter buddeln. Damit ja auch alle immer durchgehend was zu tun haben. Die sollen ja schön stark und ausdauernd werden. Zap, 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 zap. Das heißt, in dieser Doppelfolge, und ja, es ist eine Doppelfolge wegen dem 2000er Special, werden wir nicht besonders viel schaffen. Nur halt nur das Gebuddel hier unten. Aber das ist auch wichtig und gehört halt mit dazu. Und wie ihr sehen könnt, inzwischen sind unsere Hammerzwerge als meiner wohl schon gut genug, dass hier recht häufig die Steine liegen bleiben. Also am Anfang war es ja fast gar nichts, so ein bisschen sporadisch. Und je weiter sie nach rechts kommen, also quasi auf der Zeitlinie, wird es immer mehr Stein. Und jetzt komm schon, nimm den Müll da unten mit. Irgendjemand, bitte, hör auf zu trinken. Und komm hier runter und nimm das weg. Oh, es kann sein, dass sie den Befehl eingestellt haben, was sie gar nicht machen sollen. Also drücke ich mal kurz auf O für Set Order. Und gehe auf R für Refuse. Zwerge sammeln Refuse. Zwerge sammeln Refuse von draußen. Sie sammeln sogar das von Ungeziefer auf. Und sie sammeln alles an Körperteilen mit auf. Ne, das dürfte es eigentlich nicht sein. Hm. Ja, das ist komisch. Vielleicht ist doch einfach der Gang hier zu sehr benutzt. Und deswegen hat keine Lust runter zu kommen. Aber das ist für mich auch nicht wirklich nachvollziehbar. Die müssten trotzdem irgendwann kommen. Es dauert nur länger. Also es sieht für mich eigentlich echt wie so ein Borrow-Befehl aus. Dass sie halt nur in dem einen Barrow bleiben und deswegen nicht hier runter kommen. Die 66 Stück. Ah, oder wir haben nicht genug Wheelbarrows zum Beispiel für die Steine zum Transportieren. Aber das dürfte sie dann trotzdem nicht davon abhalten, die Leichenteile einzusammeln. Vielleicht ist unser Friedhof voll? Ich scroll mal ganz nach oben. Was ich aber nicht glauben kann. Nö. Das vergammelt hier immer nach und nach. Die Knochen bleiben dann über und die Knochen werden in den Stockpile transportiert. Das dürfte es also auch nicht sein. Hier sind ein paar Leute am Flitzen. Ein Großteil hockt hier. Ein paar uns sozusagen trainieren sogar zwischendurch. Und sind irgendwo welche Pilze im Weg? Mal kurz zwischendurch testen. Hier sind zwar welche, aber nichts Wichtiges. Trotzdem mache ich mal ganz kurz ein Chop Trees. Fange hier an. Und mache das über alle Etagen. Damit unsere Holzfälle auch was zu tun haben, während die Miner da alle am austoben sind. So. Das waren nicht besonders viele. Eigentlich fast gar keine. Aber okay. Oh, und die Stockpiles hier sind auch fast fertig. Der muss sich nochmal überlegen, was jetzt genau wo überhaupt rein soll. Und ob ein so ein Raum überhaupt reicht. Weil wenn wir jetzt einen Stockpile machen würden, nur für Essen und nur für Trinken. Ich glaube, der wird trotzdem relativ schnell voll werden. Momentan haben wir ja, obwohl wir haben hier nur so einen kleinen. Das könnte eigentlich passen. Okay, also machen wir hier mal einen Stockpile nur für fertiges Trinken. Und hier ein Stockpile nur für fertiges Essen. Also nicht Fleisch, Fisch, Pilze und dergleichen. Sondern wirklich nur verkochtes Essen. P, F. So. Von da bis da. Und einmal von da bis da. Mit Q drauf. Mit D alles entfernen. Egal nicht. Mit B alles blockieren. Und mit U dann einstellen, dass nur das präparierte Essen darauf kommt. Das wäre also das Essen. Hier mit B alles blockieren. Und dann trinken. Mit P aktivieren. Und trinken mit P aktivieren. So. Jetzt müssen wir nur noch die Stockpiles oben. Wollen wir die rausnehmen oder nicht? Es ist schon irgendwie ganz stylisch, dass hier so viele Fässer rumstehen und jeder sich da bedienen kann. So eine Art Riesen-Racklet. Mal komm, das lassen wir so. Also haben wir hier ein... Ich wollte es aber eigentlich extra so machen, dass es dann übersichtlicher wird. Also nein. Jetzt wird rigoros der Alkohol und das Essen aus der Halle hier rausgeschliffen. Damit wir hier unten eine gute Übersicht haben. Das heißt, wenn ich irgendwann mal gucken will, wie unsere Nahrungsreserve aussehen und ich nicht auf den Z-Stockpile hier gucken will, den gehe ich hier runter und gucke links, trinken, rechts essen und je nachdem wie voll es ist, weiß ich, was produziert werden muss und was nicht. Ja. Wir werden jetzt die Zwerge drunter leiden und meckern, aber meckern macht denen ja bestimmt auch Spaß. So. Gucken wir mal wieder runter. In dieser Folge haben wir auch richtig schön das Spiel weiterlaufen lassen. Das heißt, die ganzen Befehle, die ich in den letzten Folgen, wo ich so viel geredet habe, während das Spiel pausiert war, nicht abgearbeitet werden konnten, die konnten jetzt alle schön behaltet werden. Und die Knochen liegen da immer noch rum. Nee, so, so. Aber gut, ich mache jetzt wieder DH. Da wieder ein Feld channeln, weil ich will hier nicht alle auf einmal channeln. Weil da könnte man zwar nicht rankommen, jedenfalls nicht ordentlich. Ja, da bin ich hier ein bisschen vorsichtiger. Das Feld kann auf jeden Fall noch weg. Die beiden können weg. Die beiden, da die drei. Und hier die Reihe. Da die Reihe auch. Warum will er das Feld nicht haben? Ah, okay. So. Da kann das auch noch weg. Und da müssen wir minern und nicht channeln. Und hier müssen wir auch alles durch minern. So. Und das hier kann auch noch alles weg. Chup, 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 chup. Und so nimmt das langsam gestallt an. Also ist zwar jetzt nur der nahe Eingangsbereich, aber sobald wir diese ganze Etage hier abgerissen haben und wir nur noch das hier sehen, haben wir schon wesentlich besser einen Überblick. Das heißt, wir wissen, wenn die Gegner rankommen, wir wissen, wo sie langlaufen müssen und so weiter. Und das Meer erstmal breitet sich hier überall aus. Das ist sowieso eine recht eklige Ecke mit den ganzen Koblenleichen hier unten irgendwo. Genau hier. Die sind ja immer noch da ein paar Wesen. Da habe ich jetzt nicht so dran gedacht damals. Ich dachte, die verschwinden irgendwann. Aber Pustekuchen. Ich meine, das Blut von der Schlacht gegen der Spinne ist ja auch noch irgendwo hier. Und das ist nun jetzt echt schon eine ganze Ecke her. Also gefühlt schon mehrere Monate. Na, wo ist die Spinne gewesen? Such, such, such. Hier, genau. Hier auch Spinnennetze sind auch da und das Blut unserer Zwerge klebt immer noch an der Wand. Ja, Hammerzwerg, so wie noch. Ich scroll das mal raus. Orange Paddle. Hatte also noch keinen Namen damals. Und ein Grunt. Pig Souls. Oh, die Namen wurden halt geändert, weil ich das Namensystem halt ein bisschen anders generiert habe. Das heißt, man sieht deren Titel nur und nicht deren eigentlichen Namen. Aber ja, das Blut von den zwei Jungs hängt ja immer noch an der Wand. Keiner hat es sauber gemacht. Aber es ist ja auch noch das Hühlensystem. Trotzdem würde ich ganz gerne einen Befehl haben können. Ein Zwerg bitte genau da hingehen und den und den Befehl ausführen. Also meinetwegen jetzt Gerogon. Hör auf, was mit deinen Armbrüsten zu machen und geh jetzt hier hin und hau du diesen einen Baum um. Und das Ganze irgendwie in einem Interface, das leicht zu konfigurieren wäre. Das wäre echt schön. Also wahrscheinlich auch das ganze Spiel ein bisschen zunichte machen. So, die Jungs sind weiter am Minern. Gechannelt wurde da hinten auch schon. Machen wir gleich einen neuen Befehl da. Da, da, und die beiden auch noch. Die beiden auch noch. Da, drei. Da, da, und da. Ja, es wird langsam immer eckiger. Und je eckiger es wird, desto längere Flächen können wir immer nach und nach mit einem Mal channelen lassen. So, das soll jetzt aber erstmal reichen. Mit dem ganzen rumgechanneln und rumgeminern. Ja, ich bin ganz zufrieden mit dem, was wir bisher geschafft haben. Es wird auf jeden Fall der Optik helfen. Und wir müssen gucken, wie stabil das Ganze da ist. Also, sobald es anfängt, von hier oben irgendwas runterzubrechen, dann höre ich auf jeden Fall auf. Aber da haben wir ja ein, zwei, zwei Etagen zwischen. Das müsste schon hinhauen. Also, stopp. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Aber da haben wir ja noch wieder. Vielen Dank.